hallo ich ja lucas hat gesagt ich soll eine brennende korte eine brennende korte in die torte ja genau eine brennende kerze in die torte reinstecken kai ne spoi leer ok so in ordnung alles klar nicht dein ernst jesus wurde genagelt und dass ihr alle so lange dabei geblieben genau danke dass ihr alle so lange dabei geblieben seid gute nacht ich fall gleich um